Komme ich die Türen immer zu? Das ist blöd. Was mache ich jetzt? Na super. Ich bekomme die Türen immer zu. Ich kann nicht wegschampen. Ich kann nix machen. Scheiße. Scheiße. Hier kommen die Türen immer zu und ich kann nicht wegschampen. Ich kann nix machen. Ja toll. Kann ich da irgendwas machen? Hm. Das nix da auch nix. Na super. Super. Und jetzt? Oder vielleicht wenn man da schnell regeneriert erstmal sterben. Moment. Ich kann ja das boosten. Mal schnell regenerieren. Hm. Hm. Scheiße. Das bringt net viel. Obwohl ganz langsam. Moment. Ich muss da erstmal noch Energie zufüge. Okay. Den schicke ich jetzt nicht dazu, weil der stirbt wahrscheinlich auf den Weg. Okay. Jetzt warte ich bis die zwei volle Energie haben. Und dann reverie ich zu zweiter. Stirb der? Stirb der? Nein bitte nicht. Bitte nicht. Schnell, schnell rein. Scheiße. Zu, zu. Ah, jetzt haben wir einen Crewmitglied verloren. So ein Scheiß. Wieso spiele ich nicht mit dem Thronshifter? Macht das alles viel mehr Spass. Hm. Okay. Aber ich werde bis zur bitteren Niederlage weiterspielen. Ach ne. Ich lösche einfach alles. Ich lade es gar nicht hoch. Das ist viel einfacher. Ja genau. Ich blamiere mich doch nicht hier, indem ich das hochlade. Ich sei doch ganz verrückt. Hm. So, du warst bei den Waffen. Hm. Hm. So ein Scheißdreck. Hm. Hm. Ich versuche mal erstmal auf die Waffen zu gehen. So ein Scheißdreck, oder? Ah, jetzt haben wir wieder so einen mit einem grünen Schild. hitzu. Ah, That sounds good. Unsere Hülle ist auch fast im Arsch. Oh, Sauerstoff ist weg. Okay. Waffen sind weg. Kommen wir jetzt auf die Scheiße. Theme. 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 3 Öl, 2 Raketen, 26 Squab Oh, ein Store, endlich, endlich, ja Dann können wir endlich reparieren Kein Crewmitglied, oh doch, doch Ich kann es reparieren, hm Ich würde sagen, wir verkaufen mal den Firebeam Und die Hülle Repair Drohne Obwohl, die können wir später benutzen Doch, die Hülle Repair Drohne hebe ich mir lieber auf für später Scheiße, laden, ok Nehmen wir gleich zwei mit, was soll's Crewmitglieder sind wichtig, ja erstmal So Der hat schon Erfahrung in den Schienen, deswegen kommt er wieder da hin Der war bei den Waffen wie zuvor Und der kommt jetzt vom FTL Antrieb Naja Jetzt haben wir zwar kein Squab mehr, ok Er ist da Noch so viel reparieren, wie es geht Ja Ok Äh, Schump Wir können ja weiter her, Schump Vielleicht bekommen wir dann noch ein Squab, dann können wir noch mal zu reparieren Ok, ein Scout Ein Auto Assault Dingsbumsens So Waffen, alles auf die Waffen Ok Waffen sind weg Dann gehen wir mal auf die Schäle Und dann noch mal auf den Antrieb Und da muss es eigentlich gewesen sein, oder? Jawoll 31 Scalp, zwei Raketen und zwei Öl Dann schauen wir mal noch zu den Shop Dass wir noch irgendwie reparieren können Ja, Mendes Ein Engie Ein Slug Ich verkaufe jetzt doch die Repair-Drohne Ich verkaufe sie jetzt doch Ok Den Mendes nehmen wir zur Sicherheit mit Oder nehmen wir lieber einen Laser mit Ich weiß es nicht Doch ein zweiter Burst Laser wäre echt geil Aber, aber An Waffen kommen wir schneller als an einen Crewmitglied Obwohl, ich habe jetzt vier Ich mache es jetzt ganz einfach Ganz gerecht Ich und du Müllas Kuh Müllas Esel Der bist du Ok, Mendes So Erstmal alles reparieren Dann immer noch Raketen mit Noch ein Öl Dann sind wir blank So Der Mendes Kommt mal Daher Ok Jetzt haben wir einen guten Kämpfer am Schiff So Da ist ein Hilfe-Ruf Jetzt fliegen wir mal hin Wir begegnen ein Zolderungssicherheitsschiff Das ein Mendeschiff Piratenschiff folgt Eure Anwesenheit wird zwar geduldet Aber bitte mischt euch nicht ein Ich sag wir jetzt mal ins Zolderungssicherheitsschiff Gehe ich in die Piraten Ja Wir haben jetzt mein Schiff Vor den anderen Abgefangen Time to make some friends Geil, ich bekomme eine Belohnung von denen Dafür, dass wir sie weghauen Ok, Raketen Auf die Waffen Wasser ist auf die Waffen Ich seh die am Crew-Transporter Das heisst die werden uns angreifen Und da haben wir ein Mendes So, den greifen wir dann zu dritt an Ok, sieht gut aus Oh, Sauerstoff So, du gehst mal auf die Krankenstation Ok, Waffen sind weg Dann gehen wir mal auf die Schilde Ok, den haben wir zerstört Zwei Raketen Eine Drohne und 15 Squab Keine Belohnung Ich guck mal kurz Du warst bei den Waffen Und du warst beim Antrieb Ok Und schnell weg Aus dem Asteroidenfeld Dann gehen wir mal da her Da her Obwohl Da werden wir wahrscheinlich zu langsam sein Wir gehen in die Bank Geben wir mal da her Da her Und dann Da her Ach, da können wir noch gar nicht hin jump Ach genau Wir können ja erst da hin Eine Autosal Drohne Ja Auf die Waffen Und auf die Waffen Oh, wir haben keine Ach doch, wir haben noch acht Raketen Ich dachte schon Als wir mit dem Drohnenschiff fand ich Hatten wir viel mehr Action Weil die Weil der Pulsar-Dings da Oder was man halt hat Ein paar Sekunden feuern konnte Da hat man auch seine Drohne Ja Ich vermische schon mein Drohnenraumschiff Wenn ich dann auf Normal spiele Werde ich auf jeden Fall mit dem Drohnenraumschiff spiele Sauerstoff müssen wir mal reparieren Eine Drohne Ein Öl Und 29 Squab Also wenn ich es dann auf Easy durch habe Dann spiele ich mal auf Normal Mit dem Drohnenraumschiff Und sollte ich das jetzt nochmal verkacken Auf Easy Dann spiele ich trotzdem auf Normal Erstmal So als Abwechslung Und dann kann man ja später nochmal auf Easy spielen Aber wenn ich jetzt verkack Oder wenn ich es doch schaffe Dann spiele ich auf jeden Fall danach auf Normal Mit dem Drohnenraumschiff Normal? Alles normal, oder? Okay Also nach der Runde spiele ich auf jeden Fall mal auf Normal Eigentlich habe ich es aber schon durchgespielt Aber ich habe es am Schluss so blöd verkackt Naja Ist ja jetzt wurscht Wir spielen es einfach weiter Hier ist nix Dann gehen wir mal da her Und dann zum Exit Obwohl vielleicht noch da unten rechts sind Ein Mendes Scout Erstmal alles auf die Waffen Mit dem Drohnenraumschiff war es ja so schön Da konnte ich innerhalb von wenigen Sekunden die Waffen ausschalten Die Schilde ausschalten Die Waffen ausschalten Ach das Drohnenraumschiff ist so genial Dann nochmal auf die Schilde Und die Waffen laden zu langsam auf Aha Mit meinem Drohnenraumschiff geht es alles viel schöner und viel schneller Naja Oh da ist jemand verletzt Und auf dem Drohnenraumschiff wird man überall geheilt Egal wo man steht Zwei Öle, eine Rakete, 24 Scab Ja, ich vermisse mein Drohnenraumschiff So da ist zurück zum Antrieb Und dann jumpen wir mal away Gehen wir noch da her und dann zum Exit Jump away to the sky Ja, was auch immer Ja, da haben wir jetzt anscheinend jemand geholfen bei seinen Studien Ein hours duty Please accept this as a small cakes made from the 16 scrap Okay, für nix Ja, machen wir doch gern So, ich will mir jetzt noch einen zweiten Schild holen Accept Okay, da brauchen wir noch dann zwei Energie Okay, fehlt noch eins Da fehlt noch eins Dann haben wir zwei Schilde Können wir noch da her und zurück Ach, ich probier's mal Ich probier's mal Okay, ein Autoscout Wie eben auf die Waffen Ah, da kann ich mir ja schon meine Uhr stellen In der Stunde sind sie selber aufgeladen Ah, es geht so langsam hier Oh, die Pilotenkanzel wurde beschädigt Okay, der ist tot Eine Rakete, eine Drohne und 24 Scrap Okay, jetzt haben wir noch einen Energiebalken Jetzt haben wir zwei Schilde Sehr gut Ja, dann machen wir Oh, da haben wir auch ein paar Verletzte Okay, dann jumpen wir mal zum Exit Okay, der Umweg hat sich auf jeden Fall noch gelohnt Und dann jumpen wir zum nächsten Sektor Oh, zwei Jetzt haben wir Zwei feindliche Sektoren vor uns Ein Nebelsektor Oh, scheiße Ach du Scheiße Rock oder Mendes Ich nehme mal lieber den Rocksektor Weil die Mendes, die sind so scheiß Nahkämpfer Die will ich nicht auf dem Schiff haben Ja, dass wir dann plötzlich vier Mendes auf dem Schiff haben Das wäre nicht so gut Ich weiß, dass sie rockstark sind Federvationscout neutral Sie brauchen Öl Dann geben wir den mal vier Und dafür wird die Karte für uns aufgedeckt Oh, ein Geschäft Aber bevor wir zum Geschäft gehen Gehen wir erstmal da hin Weil wir haben ja eh kein Scrap, um was einzukaufen Ah, der Ship turning circles proof to white and my bites down Missile weapon Okay, das machen wir mal Das Blaue ist immer gut Oder auch nicht Okay, unser Schiff hat Schaden bekommen durch den Blast Aber 22 Scrap Hm, das war jetzt nicht so toll Gehen wir mal da hin Und dann zum Store Also erst dahin und dann zum Laden Ah, wir haben ja kein Geld Na, Rockscout Okay, auf die Waffen Aber wir haben jetzt zwei Schilde Von daher hoffe ich mal, dass wir keinen Rumpfschaden mehr bekommen Vorerst Das stärkere gehe ich noch kommen Okay, die Waffen haben wir wegkaut Dann gehen wir als nächstes mal auf die Schilde Antrieb Ja, dass die uns die Lümmel abhauen Sie wollen aufgeben Dafür geben sie uns sechs Öl, vier Raketen und 18 Scrap Ich glaube, das machen wir mal, weil Weil wir die zerstören Ach was, scheiß drauf haben wir sie weg Wir sind doch keine Franzosen Wir sind doch keine Franzosen Drei Öl, zwei Raketen, aber dafür 31 Scrap Okay, dann springen wir mal jetzt noch zum Shop Aber obwohl, das könnte sich doch trotzdem lohnen Aber dann müssen wir kaum noch Wahrscheinlich fast kein Geld mehr fürs Reparieren ausgeben Ich glaube, den Repair haben nimmer Wir kommen zwar 15% weniger Scrap, aber es wird immer was repariert Dann kaufe ich mal noch zwei Raketen Ja, zum Verkaufen haben wir nix Aber die Rebellen kommen schon Deswegen springen wir gleich mal da hin Was denn am... Ach, da können wir fünf Öl bekommen Und kriege ich in eine Drohne Fünf Öl nehmen wir auf jeden Fall mit Guter Tausch Hm Da ist schon wieder ein Shop Das wird langsam unheimlich Ich glaube, das wird langsam unheimlich